In meinem letzten Video haben wir PancakeSwap benutzt und PancakeSwap ist ein Decentralized Exchange und wir haben den benutzt, um einen Token, den wir in unserem Wallet hatten, gegen einen anderen Token zu tauschen, den wir dann später brauchten. Und damit das Ganze bei einem Decentralized Exchange funktioniert, muss der Decentralized Exchange die Liquidität, die benötigt wird für solche Trades, die ganze Zeit vorhalten. Das heißt, er kann nicht wie Kraken oder wie Binance quasi über eine Zentralinstanz, wie die Firma, die dahinter steht, die Liquidität überwachen. Denn also Kraken oder Binance, die können ja gucken, wie viel Liquidität ist da, um jetzt einen bestimmten Trade abzubilden und dann können die das aufstocken oder irgendwie wieder runterfahren und damit auch ein bisschen Geld verdienen. Das kann ein Decentralized Exchange nicht, weil der ja einfach nur ein Smart Contract ist. Und wo kommt jetzt die Liquidität her? Die kommt von den Usern. Die User selber, die diesen Decentralized Exchange verwenden, die haben auch die Möglichkeit, Liquidität zur Verfügung zu stellen, damit daraus diese Trades bedient werden können. Das heißt, wenn ich da einfach nur Tokens tausche, geht das auch. Ich habe aber auch die Möglichkeit, diesen Exchange zu dem Exchange meine Tokens, die ich habe, zu geben. Und damit arbeitet der Exchange dann. Und was habe ich davon? Ich verdiene an den Tradinggebühren mit. Das heißt, jeder einzelne Trade auf einem Decentralized Exchange wirft eine Trading Fee, eine Tradinggebühr ab. Und wenn ich dem Exchange die Liquidität zur Verfügung stelle, dann bekomme ich einen Teil dieser Trading Fees und zwar natürlich proportional zu der Menge an Liquidität, die ich da eingelegt habe. Und wenn man sich das überlegt, Decentralized Exchanges haben mitunter Trading Volumen im zwei- bis dreistelligen Millionenbereich pro Tag. Das heißt, ich hätte einen Anteil an diesem Volumen und ich bin quasi direkt angekoppelt an die Performance von Krypto, weil wenn viel Interesse besteht, wenn viel getradet wird, weil die Leute einfach Krypto kaufen wollen oder auch weil sie verkaufen wollen. Ich habe immer einen kleinen Anteil an dem Ganzen und das multipliziert sich. Aber man muss leider auch dazu sagen, das Ganze ist eben durchaus riskant, weil bizarrerweise die allermeisten Leute, die Liquidität zur Verfügung stellen für Decentralized Exchanges, verlieren tatsächlich Geld. Was letztendlich irgendwie ein kleines Wunder ist, wenn man überlegt, dass ein Decentralized Exchange eigentlich die ganze Zeit plus macht. Und das liegt daran, dass die wenigsten wirklich verstehen, was die inneren Vorgänge sozusagen sind, die bei einem Decentralized Exchange die ganze Zeit passieren. Und das ist etwas, was ich in diesem Video gerne mal erklären würde. Und ich muss direkt warnen, das wird leider ziemlich komplex, weil das wirkt am Anfang relativ einfach. Und wenn man dann genauer hinschaut, wird es eben immer komplizierter. Und ich lade euch quasi jetzt zu einer schönen Denksportaufgabe ein. Das Video wird eben auch ein bisschen länger als die anderen Videos, also noch länger, meine ich. Und das hat aber wirklich ein unglaubliches Potenzial. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Ende des Videos quasi entweder mitgenommen hättet, ich lasse von Liquidity Pools, vom Bereitstellen von Liquidität die Finger, weil mir das zu komplex ist. Oder ich weiß, was ich tue. Ich finde die richtigen Pools. Und dann mache ich damit auch richtig schön plus. Und damit das Ganze klappt, mache ich jetzt erstmal ein kleines Schaubild, wo ich zeige, was passiert, also was ganz grob passiert, welche Abläufe dahinter stecken, wenn ich Liquidität zur Verfügung stelle. Und dann gehen wir mal zu PancakeSwap und gehen das mal durch, die einzelnen Schritte. Und danach gehe ich quasi in die Details, in die Einzelheiten und dann nehmen wir das Ganze mal auseinander. So, dann rufe ich jetzt mal das Schaubild auf. Hier ist jetzt also mal ein Liquiditätspool dargestellt. Das ist unser bekannter Liquiditätspool BNB-BUSD. Dieses Trading Paar wird also aus diesem Liquiditätspool bereitgestellt. Und über diesen Pool haben wir ja auch im letzten Video gesprochen, aus Sicht desjenigen, der einen Trade macht. Und jetzt betrachten wir das Ganze mal aus der Sicht eines Liquiditätsproviders, eines Liquidity Providers. Und der Liquidity Provider, der zahlt in diesem Pool ein. Und zwar muss er, damit das Ganze funktioniert, immer zwei, beide Tokens, alle beide Tokens zur Verfügung stellen. Also man kann nicht nur BNB einzahlen und nicht nur BUSD, sondern man muss immer beides gleichzeitig einzahlen. Und zwar auch so, dass der Wert von beiden Tokens ungefähr gleich ist. Ungefähr nicht nur, sondern nach dem Rechenmodell dieses Decentralized Exchanges, nach dem Preismodell, das dem zugrunde liegt, müssen beide Seiten gleich viel wert sein. In diesem Fall habe ich jetzt einfach mal angesetzt, dass ein BNB-Token 250 BUSD, also 250 Dollar wert ist. Der BUSD ist ja immer gleich dem Dollar als ein Stablecoin. Hier wird also eingezahlt, 1000 Dollar an Wert. Und dafür, dass man da einzahlt, bekommt man sogenannte LP Tokens. Und die LP Tokens, Liquidity Provider oder Liquidity Pool Tokens, manchmal auch einfach nur Pool Tokens genannt, das sind auch ganz normale Tokens, die man auch in seinem Wallet haben kann. Und die repräsentieren einen Anteil an dem Pool. Das heißt, wenn in dem Pool insgesamt eine Million Tokens drin sind, dann und ich zahle 1000 ein, dann habe ich ein Tausendstel von dem Pool. Das heißt, es gäbe insgesamt eine Million LP Tokens und ich hätte 1000 davon. Und die anderen Liquiditäts Provider haben eben den Rest von den Tokens. Und das Ganze funktioniert also wirklich ein bisschen wie bei einer Aktiengesellschaft oder wie bei einer GmbH. Es sind Geschäftsanteile. Ein LP Token stellt also einen Geschäftsanteil, einen Anteil an diesem Pool dar. Und wenn ich 1000 Tokens habe, dann habe ich 1000 Anteile und meine prozentuale, mein prozentualer Anteil entspricht halt dem Verhältnis von den Tokens, die ich habe, zu dem gesamten, zu den gesamten Tokens, die für diesen Pool ausgegeben wurde. Und den Vorgang, diese Tokens auszugeben, den nennt man auch Minton. Also das ist ein Minton kommt ja glaube ich aus dem Englischen. Das ist sowas wie eine Münze prägen. Das heißt also, hier werden 1000 LP Tokens geschaffen aus dem Nichts, die meinen Anteil repräsentieren. Und diese Tokens habe ich tatsächlich in meinem Wallet. Die sind aber in der Regel unsichtbar, weil ich müsste diesen Token importieren und könnte das dann sichtbar machen. Aber der Vorteil von der ganzen Sache ist, weil es Tokens sind, kann ich diese auch übertragen. Das bedeutet, wenn ich jetzt also 500 von meinen 1000 LP Tokens jemandem geben möchte, dann kann ich also einfach in mein Wallet gehen und den Token da importieren und dann diese 500 Tokens, die ich abgeben möchte, ganz normal senden und jemand anders hat die dann in seinem Wallet und in dem Moment hat er eben die Hälfte von meinen Anteilen bekommen. Was dann wiederum ermöglicht, ist ja klar, man kann traden mit diesen LP Tokens und man kann die staken. Man kann also mit diesen LP Tokens alles machen, was man auch mit normalen Tokens machen kann. So, aber jetzt mal angenommen, ich mache damit nichts. Ich habe einfach meine Anteile an dem Pool und die halte ich jetzt in meinem Wallet und wenn ich irgendwann dann aus diesem Pool wieder raus will, wenn ich meine Tokens haben will, dann bekomme ich Trading Fees. Das bedeutet, während ich in diesem Pool drin bin mit meinen Assets, wird die ganze Zeit hin und her getradet zwischen diesen beiden Tokens. Jedes Mal fällt eine Fee an, also eine Gebühr an und entsprechend meinem Anteil an dem Pool bekomme ich eben dann auch von den Fees, von den Trading Gebühren, die da anfallen, einen Anteil. Wenn ich also ein Zehntel von allen Pool Anteilen habe, dann bekomme ich immer ein Zehntel von den Trading Fees. Wie gesagt, die Trading Fees 0,3% zur Zeit. Das hört sich nach wenig an, vor allem wenn ich dann auch noch in einem Pool bin und nur 1% oder sowas von den Anteilen habe, dann hätte ich ja nur ein Hundertstel von 0,3%, was ja eine denkbar geringe Zahl ist. Aber wenn man sich vorstellt, dass in vielen Trading Pools täglich 7, 8 Millionen Dollar getradet werden, dann oder manchmal sogar 40 Millionen, dann sammelt sich das ganz schön an. Und vor allem das Spannende an der ganzen Sache ist, ich bin ein bisschen unabhängig von denen, wie beim Staking. Beim Staking ist ja eigentlich nur Prozent und Zeit. Und hier geht es darum, ich kann das, was in einem Staking Pool in einem Jahr an, sagen wir mal, Gewinn anfällt, in einem LP Pool an einem Tag schon machen. Weil wenn plötzlich irgendetwas passiert und alle scharf sind auf irgendeinen Token und dann alle zu Uniswap oder zu Pancakeswap laufen und da irgendwie also den Token kaufen, dann verdiene ich daran. Und wenn da sehr viel Traffic ist, wenn da sehr viel Trading Volumen ist, dann akkumuliert sich das richtig, richtig schnell. Und das bedeutet, also diese Pools, die sind eine ganz, ganz große Chance, mit relativ wenig Kapital sehr viel Umsatz zu generieren beziehungsweise sehr viel Gewinn zu generieren. So, das mal dazu gesagt, die jetzt irgendwann bin ich, also jetzt bin ich lang genug in den Pool gewesen und ich möchte jetzt quasi wieder da raus. Ich möchte meine Liquidität zurück haben. Was passiert dann? Ich gebe meine 1000 LP Tokens zurück an den Pool. Und das nennt man Burn. Die werden also verbrannt, die 1000 Tokens. Die verschwinden auch wieder. Die sind ja auf der einen Seite aus dem Nichts geschaffen worden. Und jetzt, wenn ich die zurückgebe, verschwinden die wieder. Und das nennt man Burn. Die werden gebürnt. Und dafür bekomme ich meine Liquidität zurück, die ich reingetan habe. Plus die ganzen Trading Fees, die in der Zeit, die ich da drin war, sich angehäuft haben. Das wären jetzt hier in dem Beispiel, also ich war jetzt wahrscheinlich nur sehr kurz drin oder so, 0, zum Beispiel 0,1 BNB und 20 BUSD. Weil die Gebühr wird immer abgezogen von den Tokens, die eingezahlt werden bei einem Trade. Also wenn einer Token A nach Token B tradet, dann zahlt er die Fee in Token A. Wenn einer umgekehrt tradet, dann zahlt er eben die Fee in Token B. Und so häufen sich in dem Pool die Tokens immer mehr an. Und ich bekomme halt statt 2 BNB dann eben 2,1 BNB. Die 0,1 BNB wären dann eben die Fees. Mein Anteil an den Trading Fees, die in der Zeit aufgelaufen sind, die ich in dem Pool war. Und das ist sehr, sehr schön, weil angenommen, ich habe ein sehr wertvolles Asset, das demnächst sogar richtig im Preis steigt. Dann hätte ich ja zum Beispiel, nehmen wir mal den Bitcoin. Das geht jetzt in dem Fall nicht, weil der Bitcoin irgendwie kein Ethereum Asset ist oder kein Binance Asset. Aber als Preisbeispiel nehmen wir mal den Bitcoin. Wenn der also, wenn ich zwei Jahre in diesem Pool drin bin und ich steige ein bei einem Kurs von, weiß ich nicht, sagen wir mal 5.000 Dollar und der ist nach drei Jahren 50.000 Dollar, dann würde ich ja die 0,1 Bitcoin, die ich an Fee bekomme, die würden ja mit multipliziert werden im Preis. Und so kann das Ganze also hochgradig attraktiv werden. Entscheidend ist aber, meine Trading Fees bekomme ich erst, wenn ich aus dem Pool rausgehe. Das heißt, es ist nicht so, dass ich alle paar Tage oder einmal am Tag diese Trading Fees ausgezahlt bekomme, sondern es wird erst am Ende abgerechnet. So, und jetzt machen wir das mal bei PancakeSwap. Und weil ich jetzt noch ein bisschen Liquidität brauche, um die da zur Verfügung zu stellen, gehe ich jetzt nochmal auf Venus und hole mir nochmal ein bisschen Liquidität, weil wir sehen ja hier, ich habe hier meine Borrow Balance, also wie viel ich ausgeliehen habe, beträgt ungefähr 500 Dollar. Und ich sehe ja hier, dass ich noch 620 Dollar Reserve habe, also das ist mein Available Credit, Borrow Limit 80% voll. Das ist eigentlich auch gut so, aber für diese Demo hier, für dieses Video, werde ich jetzt einfach mal noch ein bisschen Liquidität abholen. Ist ja noch was Reserve zwischen 500 und 620, da hole ich da einfach mal 70 Dollar oder sowas ab. Das gehe ich also auf BorrowMarket, BUSD und hole mir mal 70 BUSD. So, während die Transaktion läuft, können wir ja nochmal kurz zu PancakeSwap rüber gehen. Und hier, ich zeige das mal kurz, unter Trade gibt es Exchange und Liquidity. Und bei Exchange kann man traden und bei Liquidity kann man dann eben Liquidität bereitstellen. Und das geht über diesen Knopf hier, Add Liquidity. Hier steht auch Add Liquidity to receive LP Tokens. Und da hatten wir ja gerade darüber gesprochen, ich tue Liquidität von mir rein und dafür bekomme ich dann eben LP Tokens, also oder auch kurz gesagt Pool Tokens, die meinen Anteil an dem Pool repräsentieren. Und diese, das mache ich jetzt mal, ich klicke auf Add Liquidity, Transaktion bei Venus ist schon abgelaufen, ist schon fertig, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich 70 Dollar BUSD in meinem Wallet haben. Ich schaue auch nochmal gerade nach, da sind sie auch, es sind 73, weil vorher waren noch 3 Dollar drin. Und jetzt kann ich hier Liquidität also hinzufügen. Das ging über Trade, Liquidity und dann Add Liquidity, weil ich möchte ja Liquidität bereitstellen. Und hier kann ich jetzt das Trading Paar, für das ich Liquidität bereitstellen möchte, auswählen. BNB ist voreingestellt, es gibt aber alle Möglichkeiten hier, also alle möglichen Tokens, für die man Liquidität bereitstellen kann. Das muss man nur aussuchen. Und man braucht einen zweiten Token. Und der zweite Token ist ja in unserem Fall der BUSD. Und jetzt kann ich hier die maximale Liquidität zur Verfügung stellen, also alles, was ich an BNB habe oder ich trage hier eine Zahl ein und hier genauso. Und wenn ich hier das Maximum anklicke, dann wird quasi mein Bestand an BUSD hier übertragen in das Feld. Und gleichzeitig wird ausgerechnet, wie viele BNB Tokens ich einlegen muss, damit der Wert von beiden Tokens gleich ist, die ich einlege. Ich muss immer den gleichen Wert einlegen. Und umgekehrt, wenn ich das hier bei BNB machen würde, dann übersteigt ja der Wert meiner BNB Tokens meine vorhandene Liquidität in BUSD. Das heißt also, ich müsste 98 BUSD einzahlen, um auf diesen Betrag hier zu kommen. Ich habe aber nur 73, also wird das Ganze nicht funktionieren. Sieht man ja auch hier unten der Knopf. Insufficient BUSD Balance sagt mir das auch. Also ich habe nicht genug BUSD, um jetzt diesen Vorgang zu unterstützen. Und der zweite Punkt, der hier auch noch ganz wichtig ist, das ist, wenn man hier die ganzen BNBs rausgibt, dann hat man ja nachher für die Transaktionsgebühren nichts mehr übrig. Also das ist eigentlich nicht empfehlenswert. Ich mache jetzt mal hier also Maximum BUSD. Das wären also 73 Dollar, die ich hier in den Pool einlege. und das entspricht dann 0,306173 BNB. Und je nachdem, wie der Kurs sich ändert, wird sich hier diese Anzeige auch in regelmäßigen Abständen ändern. Das ist also nicht konstant. Und in dem Moment, wo ich hier drauf drücke, also wo ich auf Supply drücke und die Transaktion abschicke, werden meine Tokens da eingelegt zu dem Stand, wo ich die Transaktion abgeschickt habe. Ich sehe jetzt auch hier schon meinen Anteil an dem Pool, der bei 73 Dollar eben kleiner ist als 0,01%. Hier sehe ich nochmal die Kurse. Das ist quasi der Umrechnungsfaktor zwischen den beiden. Und wenn ich jetzt auf Supply klicke, dann bekomme ich hier nochmal eine Zusammenfassung. Ich bekomme 4,27373 BNB BUSD Pool Tokens. Das ist also mein Anteil an dem Pool in Tokens. Und dann kann ich die, dann steht hier nochmal, was ich einlegen muss in dem Pool. Und hier sieht man dann nochmal in genau meinen Anteil an dem Pool, nämlich 0,00007972%. Also sehr wenig. Ist halt so bei den kleinen Beträgen, muss man jetzt, brauchen wir uns jetzt nicht mit aufzuhalten. Ich klicke auf Confirm, bestätige die ganze Transaktion. Und jetzt bekomme ich jeden Moment meine LP Tokens, wenn die Transaktion durch ist. So, da ist es jetzt passiert. Und wenn ich jetzt in mein Wallet gehe, dann sehe ich die hier nicht. Und das liegt wirklich daran, dass dieser Token, den müsste ich jetzt mit Token hinzufügen, hinzufügen. Ich müsste hier danach suchen, den finde ich aber nicht. Also ich BUSD eingebe, die Pool Tokens sind nicht hier. Deshalb muss ich den mit Custom Token importieren. Das ist so ein Vorgang, den muss man, also das muss man eigentlich nicht machen, weil man hat ja zum Beispiel hier bei Pancake Swap die Möglichkeit, wenn ich nochmal auf Trade, Liquidity gehe, dann bekomme ich hier unten angezeigt, in welchen Pools ich drin bin, in welche Pools ich importiert habe. Und wenn ich das aufklappe, dann sehe ich auch hier nochmal den aktuellen Stand. Also das hier 0,00% ist eine Rundung. Also es wurde abgerundet auf 0. Wir sind hier wirklich so kleine Krümel, dass wir also hier nicht mal eine Zahl erzeugen. Ist halt okay. Also jetzt kann ich hier nochmal weiter aufstocken. Also ich kann ja irgendwann mal versuchen, hier einzuzahlen, bis ich wenigstens hier als Nachkommastelle auftauche. Oder ich kann eben mit Remove auch aus diesem ganzen Ding wieder raus, indem ich hier Maximum 100% oder ich hole nur die Hälfte raus oder 75%. Also ich kann das hier irgendwie quasi einstellen, auch so mehr oder weniger stufenlos. Ich weiß nicht, welchen Nutzen das hat. Also in der Regel geht man entweder ganz rein oder ganz raus. Aber wie auch immer, wenn man das möchte, kann man also hier auch stufenlos irgendwie einstellen. Dann Approve heißt also quasi, dass die LP Tokens aus meinem Wallet rausgehen dürfen, dass PancakeSwap die abholen darf. Das muss ich hier wieder bestätigen, wie ich das immer mache bei Tokens. Und dann klicke ich auf Remove und dann bin ich aus dem Pool wieder raus und bekäme eine gewisse Menge an BNB Tokens und an BUSD Tokens, die dem Anteil, meinem Anteil an dem Pool entsprechen. Aber es muss nicht dieselbe Menge sein, die ich eingezahlt habe. Nur die sollte ungefähr im Wert gleich sein zu dem, was ich eingezahlt habe. Und dass das leider nicht immer der Fall ist, das erkläre ich dann später in diesem Video. Aber jetzt machen wir erstmal weiter mit der Praxis. Ich hole das noch nicht ab, weil ich noch vorher eine Sache zeigen möchte, nämlich, dass das wirklich auch echte Tokens sind. Das erkenne ich zum Beispiel daran, dass ich hier unter Farms die auch staken kann. Also das heißt, es ist jetzt so, dass ich BNB BUSD Tokens staken kann, wenn ich die hier in der Liste finde. Wenn nicht, dann gibt es dafür keinen Pool, dann kann ich sie nicht staken. Aber dann könnte ich sie theoretisch staken, wenn es diesen Pool gäbe. So, also ich will das jetzt auch hier nicht allzu weit treiben. Ich versuche mal hier zu finden, ob ich vielleicht einen entsprechenden Pool finde. Ja, hier ist einer. BUSD BNB LP. Das heißt, die Tokens, die ich habe, ich muss die Farm hier nochmal aktivieren. Man sieht hier, man hat 78% APR. Und hier kann ich staken, wenn das durch ist. Und hier sehe ich meinen Poolanteil 4,2737. Und die könnte ich jetzt hier staken. Also wie ganz normale Tokens, wie wir das bei GooseDefi gemacht haben, kann ich die in einen Staking Pool einzahlen und würde dann noch mehr verdienen, weil ich würde ja dann quasi an den Trading Fees verdienen, die auf diesem Exchange auflaufen, plus die APR, also die Zinsen, die hier auflaufen. Beides würde ich verdienen, wenn ich das machen würde. Und zwar bekomme ich diese APR ausgezahlt in Cake. Cake sind die Tokens von der Pancake-Plattform. Die haben einen Kurs, 12 Dollar. Das heißt also, wenn ich hier Cakes bekäme, könnte ich die wiederum verkaufen. Ja, und wo mache ich das? Logischerweise hier bei Pancake-Swap unter Exchange könnte ich jetzt hier die Cake-Tokens, also müsste ich die hier aus dem Ding raussuchen, zum Beispiel gegen BUSD wieder umtauschen und hätte dann den Kreislauf geschlossen. Und ich zeige jetzt nochmal, dass diese Poolanteile tatsächlich Tokens sind, die ich bekomme und dass die auch überall wiederverwendbar sind. Und zwar, wenn ich mal schaue, ich sehe jetzt hier meine LP-Tokens. Indem ich hier auf dem Liquiditäts-Tab, das kann ich auch erreichen über die linke Seite hier, über diesen Punkt, also entweder ich gehe über Exchange und dann ist es hier über Liquidity. Hier sind die Anteile aufgelistet. Oder ich gehe direkt über Liquidity hier und dann bin ich auch auf der Seite. Und hier sehe ich ja meine Pool-Tokens, 4,273. Und dass das auch wirklich Tokens sind und dass die überall übertragbar sind, das erkennt man zum Beispiel daran, dass wenn ich jetzt auf die andere Plattform gehe, wo wir ja unsere Tokens alle gestaked haben, bei Goose DeFi, wenn ich hier denselben Weg gehe, dann habe ich hier tatsächlich auch meine Tokens. Das heißt also, diese Tokens, die gelten, das sind Liquiditäts-Pool-Tokens, die gelten auf PancakeSwap und auf Goose DeFi. Und das liegt daran, dass Goose DeFi, um die Exchange-Funktionalität hier zur Verfügung zu stellen, einfach die Liquiditäts-Pools von PancakeSwap anzapft. Die haben gar keine eigenen Liquiditäts-Pools, sondern die benutzen einfach die von PancakeSwap und das haben dann einfach ihre eigene Oberfläche darüber gelegt. Aber wichtiger Unterschied ist, wenn ich jetzt auf die Staking, also wenn ich jetzt die LP-Tokens staken möchte und hier auf die Farms gehe, dann sieht das hier alles ganz anders aus. Es gibt sehr viel weniger Pools, wo ich die staken kann, aber die laufen ganz anders. Vor allem gibt es ein BNB-BUSD-LP-Pool, wo ich meine Tokens staken kann und die bringen mir dann 375% API, die in ECG ausgezahlt werden. Das heißt, wir haben ja hier unsere Nester. In den Nestern haben wir BUSD eingelegt. Das sieht man hier BUSD und die bringen 212% APR, weil wir BUSD alleine eingelegt haben. Aber unter den Farms gibt es eine Möglichkeit, LP-Tokens einzulegen, also die Pool-Anteile, die wir haben, einzulegen. Und für BNB, BUSD, LP-Tokens gibt es hier 375% APR. Und APR, das ist ja im Prinzip der Return of Invest pro Tag, weil die Zinsperiode ein Tag ist. Das bedeutet, jeden Tag werden Zinsen ausgezahlt. Und dafür bekomme ich also jeden Tag 1,02% meiner Einlage. und wenn ich also das mal 365 Tage multipliziere, dann komme ich ungefähr auf diesen Wert. Also die Zahlen, die weichen immer so ein klein bisschen ab, weil der Kurs, das hängt vom Kurs der ECG-Tokens ab. Und wenn der stark schwankt, dann stimmen die Zahlen nicht. Jedenfalls ist das hier das, was ich also an Prozenten, jedes, was ich rausbekäme, wenn ich jeden Tag meine ECG-Tokens abholen würde und verkaufen würde für Dollar. Und vorausgesetzt, der Kurs ändert sich nicht. Wenn der Kurs hochgeht, geht das natürlich noch hoch. Und wenn der Kurs runtergeht, geht es runter. So, und das ist aber noch nicht alles, was hier an Potenzial drin ist, weil ich muss ja die ECG-Tokens nicht jeden Tag verkaufen. Ich kann die ja auch staken wiederum. Und wenn ich die stake, dann hätte ich ja quasi eine Zinseszinsentwicklung. Und das würde bedeuten, dass ich also im Prinzip diese Zahl hier, dass sie um ein Vielfaches höher wäre und das ist hier über irgendeinen Weg ausgerechnet. Es wären also 4.000 Prozent theoretisch. Ich würde das Ganze jetzt nicht allzu ernst nehmen, weil das haben wir, glaube ich, in dem letzten Video auch schon besprochen. Das ist einfach total unrealistisch. Also wenn wir jetzt überlegen, wir haben 1.000 eingelegt, dann würden wir ja irgendwie quasi, also so viel Kohle hier machen aus 1.000 Dollar. Die muss ja auch irgendwo herkommen. Und das ist absolut unrealistisch, dass die wirklich kommt. Aber es ist eben für einen kurzen Moment, also 1 Prozent pro Tag, das ist schon ganz ordentlich. Also bei 1.000 Dollar Einlage sind das dann eben 10 Dollar pro Tag. Und 10 Dollar pro Tag klingt jetzt auch nicht viel, aber bei 10.000 Einlage hätte man schon 100 Dollar pro Tag für eine gewisse Zeit, bis das Ganze dann irgendwann nicht mehr nachhaltig ist. Dann wäre es auch Zeit, da wieder rauszugehen. Aber das Ganze lohnt sich total. Also das heißt, das, was ich jetzt hier erzählt habe, das ist nur vom Staking. Die Trading Fees und alles, was dazu gehört, ist noch gar nicht darin enthalten. Und jetzt, also ganz klar gesagt, das ist jetzt ein Rechenbeispiel, bei dem alles total optimal läuft. Und es gibt viele Varianten und viele Variablen, die da also eine Rolle spielen bei dem Ganzen. Und darauf gehe ich jetzt ein, wieder mit einem neuen Schaubild, weil jetzt ist wichtig, mal zu überlegen, was kann alles passieren und was sind alles, was sind jetzt alle, welche Möglichkeiten gibt es, wie es gut laufen kann und welche Möglichkeiten gibt es, wie es schlecht laufen kann. Dafür rufe ich jetzt nochmal das Schaubild von eben auf und von daraus geht es dann weiter. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Detail, weil wir haben ja jetzt ein neues Tool und das neue Tool, das besteht darin, dass wir unsere Liquidität bei einem Decentralized Exchange zur Verfügung stellen, dass wir Trading Fees verdienen und dafür dann Pool Tokens bekommen. Und die Pool Tokens sind ja wieder ein Asset für sich, wie wir gerade gesehen haben und dieses Asset, das können wir auch nochmal für uns arbeiten lassen, zum Beispiel durch Staking. und wenn wir das Ganze machen und jetzt überlegen, wie können wir das Ganze möglichst erfolgreich gestalten, dann hängt ja alles davon ab, was am Ende, wenn ich fertig bin, hier quasi hinten rauskommt und zwar die Frage, wie viele Tokens bekomme ich denn jetzt? Und da haben wir ja gestern schon gehört, der Bestand der Tokens hier in dem Pool, der schwankt. Das heißt, wenn ein Trade stattfindet und hier wird ein BNB gegen BUSD getauscht, sagen wir mal 250 BUSD, weil das ist ja hier der Kurs. Also wenn ich jetzt ein BNB tausche, wenn ein User ein BNB tauscht gegen 250 BUSD, dann kommt ja ein BUSD in den Pool und es gehen 250 BUSD aus dem Pool raus. Das heißt, die Summe der Tokens verändert sich und wenn ich in dem Moment nach diesem Trade hier rausgehe, dann bekomme ich in der Tat nicht zwei BNB, die ich eingezahlt habe und 500 BUSD, die ich eingezahlt habe, sondern ich bekomme quasi meinen Anteil an den Tokens und meinen Anteil an den Tokens. Also das heißt, ich bekomme meinen Anteil an BNB und meinen Anteil an BUSD. Und diese Zahl an BNB und BUSD kann drastisch anders sein, als das, was ich eingezahlt habe. Der Gesamtwert davon sollte im Idealfall natürlich höher sein, aber es kann durchaus sein, dass die Gesamtsumme niedriger ist, weil wenn zum Beispiel der Kurs vom BNB sich nach unten entwickelt, dann ist es zwar schön und gut, wenn ich nachher acht BNB da rauskriege, obwohl ich nur zwei eingezahlt habe, aber wenn ein BNB nur noch 50 Cent wert ist, dann habe ich natürlich Minus gemacht. Das heißt, da sind schon so einige Variablen im Spiel, die da eine Rolle spielen. Und um jetzt mal herauszufinden, auf was muss ich achten und wie funktioniert das Ganze, habe ich also jetzt als nächstes mal mich mit der Preisfindungsfunktion beschäftigt, weil die Preisfindungsfunktion, die in diesen Smart Contracts drin ist, die ist ganz entscheidend für die Frage, wie viel kommt quasi hier hinten raus, weil das hängt ja vom Kurs ab und der Kurs, der hängt von der Preisfindungsfunktion ab. Und wenn man die Preisfindungsfunktion versteht, dann versteht man ein bisschen besser, worauf man achten muss, wenn man in so einen Pool investiert. So, und die Preisfindungsfunktion in diesen Pools ist teilweise sehr unterschiedlich, aber es gibt quasi eine ganze Reihe von Liquiditätsquatsch, von Decentralized Exchanges, die dieselbe Preisfindungsfunktion verwenden. Und zwar ist das, basiert das alles auf Uniswap. Uniswap war der erste Decentralized Exchange, der vor circa anderthalb Jahren diese Preisfindungsfunktion eingeführt hat. Und viele andere Decentralized Exchanges haben die seitdem übernommen, weil diese Preisfindungsfunktion genial einfach ist und auch deshalb sehr, sehr gut funktioniert. Also nochmal, warum Preisfindungsfunktion? Weil die Menge an Pool-Tokens, die hier drin ist, davon abhängt, wie der Kurs ist. Und wenn ich aus dem Pool rausgehe, dann bekomme ich ja eine andere Menge an Tokens, als ich eingezahlt habe, und zwar abhängig davon, wie die Bestände in dem Pool sind. Und die Bestände in dem Pool hängen davon ab, wie die Kurse sind. Und deshalb ist es interessant, sich die Preisfindungsfunktion anzuschauen. Und die Preisfindungsfunktion, die ist x mal y gleich k. Und das ist eine relativ simple Formel. Das sind wirklich nur drei Variablen. Und x steht für die Anzahl der BNB-Tokens in dem Pool. y steht für die Anzahl der BUSD-Tokens in dem Pool. Das beides miteinander multipliziert. Das muss immer gleich sein. Das heißt, egal wie viele BNB-Tokens hier drin sind, muss immer eine bestimmte Menge an BUSD-Tokens da dem entsprechen. Auf Deutsch, die Anzahl der BNB-Tokens mal die Anzahl der BUSD-Tokens muss nach jedem Trade gleich bleiben. Und dieses K hier, das sorgt dafür, dass dieses Produkt, also diese Multiplikation hier, immer das gleiche Ergebnis ergibt. Das heißt, wenn der BNB-Bestand steigt, dann muss der BUSB-Bestand runtergehen, damit diese Zahl die gleiche bleibt. Und umgekehrt, wenn der BUSD-Bestand steigt, dann muss der BNB-Bestand sinken, damit diese Zahl gleich bleibt. Und das ist ja genau das, worüber wir auch gesprochen haben. Dass nämlich, wenn ein Token A reingeht, dann muss ein Token B rausgehen. Das heißt, der Bestand muss auf der einen Seite kleiner werden, auf der anderen Seite größer. Und das hier ist, das ist in dieser Formel, also in einer perfekten, perfekt simplen Art und Weise ausgedrückt. Und dass diese Formel richtig gut funktioniert, das zeige ich jetzt gleich an einem ganz, ganz konkreten Beispiel, wo wir das mal einzeln durchgehen. Hier habe ich nochmal den Ablauf. Nach jedem Trade bleibt diese Zahl hier immer gleich. Das heißt, 2 mal 500 sind 1000. Und wenn jetzt ein Trade stattfinden würde, egal ob BNB rausgeht oder reinkommt, muss das Produkt, die Multiplikation, immer die gleiche Zahl ergeben. Nach jedem Trade. Und so findet man dann den Preis. Weil, wenn diese Zahl gleich bleiben muss, die Zahl hoch geht, dann muss man ja nur dividieren, um diese Zahl rauszufinden. Jetzt nochmal ganz in Ruhe, weil das ist jetzt ziemlich viel Input. Und jetzt machen wir das alles Schritt für Schritt nochmal einmal durch an einem ganz praktischen Beispiel. Wir haben also wieder unseren Liquiditätspool hier. Und dieser Pool ist am Anfang leer. Da ist nichts drin. Und jetzt kommen wir und zahlen unsere 2 BNB und die 500 BUSD ein. Und es sind dann 1000 US-Dollar in dem Pool an Wert drin. Weil das und das 2 BNB müssen ja gleich 500 sein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein BNB 250 Dollar kostet. Das mal 2, es sind ja 2 drin, sind 500 Dollar. Das ist gleich 500 BUSD und ergibt in der Summe 1000. So, die gehen jetzt in den Pool rein. Und jetzt haben wir hier unsere Formel. X mal Y gleich K. Das heißt, 2 mal 500 ergibt 1000. BNB mal BUSD ergibt 1000. Und diese 1000 ist unsere K, unsere Konstante. Und diese Zahl muss bei jedem Trade gleich bleiben. So. Das ist also in dem Pool drin. 2 BNB und 500 BUSD. Und jetzt kommt der erste Trade. Und zwar kauft jemand 0,1 BNB. Und weil 0,1 BNB gekauft werden, geht der Bestand von BNB in dem Pool runter. Weil wenn der was kauft, dann bekommt der das ja. Das heißt also, das muss aus dem Pool rausgehen. 2 minus 0,1 BNB ergibt 1,9 BNB. Okay, jetzt muss nach dem Trade das hier wieder 1000 ergeben. Und das bedeutet, um auf diese Zahl zu kommen, jetzt hole ich mal den Rechner. Um, brauchen wir nicht den komplizierten Rechner. Wir nehmen den einfachen. Damit das mal das 1000 ergibt, muss ich ja nur 1000 durch 1,9 teilen. Dann bekomme ich eine Zahl 526,31. Das heißt, diese Zahl, die entspricht den BUSD, die hier in dem Pool sein müssen, damit das wieder 1000 ergibt. Wir können das auch nochmal nachrechnen. 1,9 mal 526,31 ergibt für 1000, ich habe nicht die Nachkommastellen beachtet, aber in der Summe, also im Produkt, weil nach dem Multiplizieren kommen 1000 raus. Das heißt, diese Zahl hier stimmt. Nach dem Trade, wenn ein 0,1 BNB rausgeht, nach dem Trade müssen 526,31 BUSD in dem Pool liegen. Und das heißt, damit derjenige, der die 0,1 BNB kauft, damit er die kaufen kann, muss der diese Differenz hier abdecken. Nämlich, es fehlen im Pool, wenn 0,1 BNB rausgehen, fehlen 26,31 BUSD. Weil, damit wir auf die Zahl kommen, von der Zahl auf die Zahl kommen, muss der 26,31 BUSD einzahlen. Und das bedeutet, er bekommt die 0,1 BNB nur, wenn er diese 26 BNB einzahlt. Und das ist letztendlich nichts anderes als ein Kurs. Weil das hier, die 26,31 BUSD, das ist der Preis, den er zahlen muss für 0,1 BNB. Und das bedeutet, der Kurs für einen BNB ist das Ganze, weil es ist ja 0,1, also rechnen wir das mal 10. Das heißt also, jetzt kann man natürlich auch im Kopf, aber wenn ich 26 mal, 26,31 mal 10 rechne, dann komme ich auf 263,10 BUSD. Und das ist jetzt der neue Kurs. Also das ist der Kurs, zu dem hier getradet wurde. 0,1 BUSD, also kostet 1 BNB 263,1 BUSD. Soweit also eigentlich klar. Und, also ich hoffe es zumindest. Und, jetzt kommt der nächste Trade. Jetzt kommt noch einer und möchte ebenfalls 0,1 BNB kaufen. und damit das funktioniert, jetzt geht das Ganze wieder von vorne los. Damit das funktioniert, muss er quasi etwas bezahlen. Und wie viel muss er bezahlen? Wir machen wieder genau dieselbe Rechnung wie eben. Wenn 1,9 BNB in dem Pool sind und der bekommt 0,1 BNB, das heißt, wenn der die bekommt, sind nachher nur noch 1,8 BNB in dem Pool. Klar, 0,1 sind weggegangen. Die hat ja der. Also sind nach dem Trade nur noch 1,8 BNB da. Und, dann ist die Frage, jetzt kommt hier wieder unsere Formel, diese super einfache Formel. Das mal das muss 1,000 ergeben. Also, wenn 1,8 in dem Pool sind, 1,000 durch 1,8 ergibt 555,555. und so weiter. Also, 555,55 BUSD. Das heißt, damit das mal das 1,000 ergibt, müssen hier 555,55 BUSD drin liegen. Damit das, dass das stimmt, rechne ich nochmal nach. Ich gebe das nochmal ein. 555,55 mal 1,8 ergibt ungefähr 1,000. Nachkommastellen und so weiter. Also, es ist nicht ganz richtig, weil ich die Nachkommastellen nicht beachtet habe. Und damit jetzt, weil es sind ja jetzt vor dem Trade 526,31 BUSD in dem Pool drin. Und damit jetzt danach 555,55 BUSD drin sind, muss er die Differenz begleichen. Und das sind 29,24 minus 555,55 minus 526,31 ergibt 29,24 BUSD, die er einzahlen muss, damit das hier wieder stimmt. Und das bedeutet, nach diesem Trade nach diesem Trade stimmt dieses Produkt wieder, das Produkt 1000 und damit das Ganze funktioniert, damit hier 0,1 rausgehen dürfen, muss er 29,24 BUSD bezahlen. Und das ist ja wieder der neue Preis. Das heißt, ein BNB kostet ab dem Moment 292,40 BUSD. Und was sieht man da? Wenn immer mehr BNB aus dem Pool verschwinden, weil die gekauft werden, dann steigt der Preis. Und das ist die Schönheit eigentlich in dieser einfachen Formel, dass mit dieser super simplen Formel genau das abgebildet wird, was man eigentlich haben will. Das heißt, wenn der Pool weniger BNB hat, dann wird der Preis, muss der steigen und wenn der, und das Ganze geht auch in umgekehrt. Das heißt natürlich, wenn der BNB B-Bestand steigt, dann muss der BUSB-Bestand sinken. Und das heißt, der Kurs muss runtergehen. So, und jetzt kommt aber, wenn man sich das, wenn man das jetzt nochmal ganz genau nachrechnet, kommt jetzt aber ein kleines Problem ins Spiel. Und zwar, wenn ich jetzt aus dem Pool rausgehe, dann sind ja in dem Pool 1,8 BNB und 555,55 BUSD drin. Ich bin der Einzige, der in dem Pool ist und ich bekomme jetzt alles. Ich bin ja der Einzige. Das heißt, ich bekomme 1,8 BNB plus 555,55 BUSD ausgezahlt und das ergibt dann eben als Wert insgesamt, weil ich habe ja hier einen Kurs. Der Kurs ist der. Das ergibt dann insgesamt also 1081,87 BUSD, weil 1,8 BNB entspricht 526,32. Der Rechner ist weg. Ich hole den nochmal schnell. Also 1,8 mal 292,40 das ist ja der aktuelle Kurs ergibt 526,23 plus die 555,55 und das sind dann 1081,87 USD an Wert. Das heißt, wenn ich aus dem Pool rausgehe, habe ich Plus gemacht. Scheinbar, weil ich nämlich 1000 eingezahlt habe und 1081,87 Dollar rausbekommen habe. Insofern kann ich also zufrieden sein und sagen, ja gut, dann das ist ein guter Deal, weil der Kurs ist ja inzwischen gestiegen, ich habe ein bisschen was verdient, weil ich aus dem Pool rauskomme und das ist jetzt auch nochmal ganz wichtig, in diesem Bild hier sind die ganzen Trading Fees ja noch überhaupt nicht drin, die kennen ja noch oben drauf, das ist ja jetzt nur das, was passiert, wenn sich der Kurs entwickelt und ich in dem Pool drinbleibe, während sich der Kurs für uns günstig entwickelt. Leider ist aber folgendes der Fall, wenn ich jetzt mal vergleiche, was passiert wäre, wenn ich gehuddelt hätte, also wenn ich nicht in den Pool reingegangen wäre, sondern wenn ich gar nichts gemacht hätte und einfach meine 2 BNB und die 500 B OSD behalten hätte, dann wäre der Kurs ja immer noch bei 292,4 weil irgendwie die Welt sich weiter dreht, auch wenn ich in den Pool nicht drin bin und es den Pool gar nicht gibt, hat der Kurs der BNB und ich tue jetzt einfach mal so als wäre der gleich das ist eine Vereinfachung aber das kann man ruhig jetzt mal so machen für dieses Beispiel wenn der Kurs also 292,40 BUSD gewesen wäre und ich nicht in den Pool eingezahlt hätte, dann wäre ich jetzt dann hätte ich ja meine 2 BNB immer noch und meine 500 BUSD hätte ich auch immer noch und hätte dann insgesamt einen Wert von 1084,80 USD also US-Dollar in meinem Portfolio und das ist ziemlich blöd weil wenn ich das jetzt miteinander verrechnen dann habe ich 2,93 Minus gemacht obwohl ich in dem Pool war unabhängig von den Trading Fees das heißt die Entwicklung in dem Pool arbeitet wenn es schlecht läuft gegen mich die Wertentwicklung und wird aufgefangen von den Trading Fees denn wenn die Trading Fees gut sind wenn die hoch sind dann ist das egal dass ich ein bisschen Minus gemacht habe also wir reden jetzt hier über 1000 Dollar ich sage nochmal ganz klar hätten wir jetzt 100.000 eingelegt dann wären das eben auch nur 300 Dollar oder so aber es ist ja trotzdem wichtig zu wissen dass die Entwicklung die Wertentwicklung in dem Pool unter Umständen für mich ungünstig läuft weil wenn ich einfach so in irgendein Pool reingehe weil ich irgendwelche Tokens übrig habe und sage ja dann kann ich da kann ich auch genauso gut in LP dann irgendwie Trading Fees verdienen dann hängt das der Erfolg davon ab dass ich auch wirklich Trading Fees bekomme dass ich also dass da auch Trades passieren wenn das so ein Schlafmützenpool ist wo nichts passiert dann wird sich wahrscheinlich der Wert meiner Tokens schlechter entwickeln als wenn als wenn ich das in meinem Portfolio rodel und jetzt kann man sagen 2,93$ ist relativ wenig und das ist leider eben nicht der Fall weil wir haben also 2,93$ sind tatsächlich wenig aber die Auswirkungen davon sind teilweise ziemlich drastisch und das zeige ich jetzt auch mal an einem sehr konkreten Beispiel wenn man also durch den Pool weniger verdient als durchs Hudeln dann spricht man auch von Impermanent Loss weil Impermanent heißt ja sowas wie nicht permanent oder nicht dauerhaft und Loss ist ja Verlust also das heißt das ist ein vorübergehender Verlust und davon man spricht davon weil dieser Verlust ja nur so lange präsent ist wie in dem Pool drin bin beziehungsweise noch anders ausgedrückt solange ich in dem Pool drin bin habe ich diesen Verlust ja noch nicht realisiert das heißt erst wenn ich aus dem Pool raus gehe macht sich der wirklich real bemerkbar solange ich in dem Pool drin bleibe kann sich die Entwicklung auch umdrehen zu meinen Gunsten und ich würde vielleicht sogar Plus machen wenn ich aus dem Pool rausgehe dann spricht man von einem Impermanent Gain also von einem vorübergehenden Gewinn aber Impermanent Loss ist eigentlich das der große Begriff der wirklich kaum verstanden wird von den allerwenigsten Leuten und der aber auch wirklich den allermeisten die in Liquiditätspools investieren ihre Gewinne kaputt machen und nochmal ganz wichtig Impermanent Loss ist nur der Vergleich zwischen was ich verdient hätte wenn ich gehodelt hätte zu was ich verdient hätte wenn ich in den Pool eingezahlt hätte und um das jetzt nochmal ganz deutlich zu machen auch wie sich das mit größeren Zahlen verhält habe ich in die Videobeschreibung dass man das selber nochmal nachgucken kann bei diesem bei dieser Webseite kann man im Prinzip die Kombination eingeben und ich habe jetzt hier den ich setze jetzt mal hier den Tether ein weil das hier ist ein ich glaube schon was älter und da ist die Binance Smart Chain noch nicht richtig wir haben hier zwei Tokens Einer ist Ethereum Einer ist Tether Der Tether ist stabil wie der BUSD also ein Stable Coin der verändert sich jetzt nicht im Wert in unserem Beispiel und der Ether steht jetzt für den BNB die Kurse an sich und die Währung sind egal es ist eine Modellrechnung und wir haben hier also den Fall angenommen dass wir 10.000 Dollar an Wert in diesen Pool einzahlen das bedeutet da der Pool 50 50 ist also beide Seiten gleich viel wert sein müssen habe ich 5000 Dollar in Ethereum eingezahlt und 5000 Dollar in Tether und wenn sich jetzt der Preis von Ethereum verdoppeln würde also Price Change 100% und der Tether gleich bleibt dann schauen wir mal wie sich das entwickelt und zwar habe ich hier auf der linken Seite die Zahlen die gelten bei Einzahlung also wenn ich in den Pool reingehe und auf der rechten Seite habe ich die Zahlen die nachher rauskommen wenn ich aus dem Pool wieder rausgehe das heißt Ethereum verdoppelt sich im Preis in der Zeit wo ich in dem Pool drin bin und am Anfang hat der Pool einen Wert von 10.000 Dollar und wenn ich aus dem Pool rausgehe Ethereum hat sich verdoppelt dann bekomme ich 14.142 Dollar ausgezahlt und zwar in einer Kombination aus Ether und aus Tether aber insgesamt sind beide Assets zusammen also dann 14.000 Dollar wert aber wenn ich gehodelt hätte dann hätte ich 15.000 Dollar weil Ethereum hat sich verdoppelt ich habe 5.000 eingezahlt das wären also 10.000 und dann habe ich ja noch 5.000 in Tether die sich nicht verändert haben ergibt 15.000 das heißt der Unterschied ist schon 850 US Dollar und das bedeutet wenn ich nicht in den Pool reingegangen bin hätte ich quasi 5000 Dollar verdient und dadurch dass ich in den Pool reingehe habe ich nur 4000 Dollar verdient und dabei ist nochmal das muss man sich auch Loss das bedeutet wirklich nicht dass ich Verlust gemacht habe sondern ich habe ja hier auch wenn ich in dem Pool drin bin 4000 Dollar verdient aber ich hätte mir das auch sparen können die ganze Arbeit und hätte dann sogar mehr Geld gehabt aber Gewinn habe ich sind dass der Output für mich 850 Dollar übersteigt dann hätte ich ja mehr als 15.000 Dollar insgesamt rausgeholt und hätte dann Gewinn gemacht das heißt Impermanent Loss bedeutet nicht dass ich Verlust mache das bedeutet nicht dass wenn ich 10.000 Dollar einzahle ich 6.000 zurückkriege sondern es bedeutet nur dass ich weniger kriege als wenn ich nicht in den Pool eingezahlt hätte und das bedeutet auch wenn man Impermanent Loss das Konzept nicht verstanden hat dann wird man einen Pool finden der attraktiv ist und das ist schade weil diese Pools unglaublich attraktiv sein können und was bedeutet das jetzt das bedeutet ich muss einen Pool finden der erstens das Kriterium erfüllt dass viel Handelsvolumen stattfindet schon mal wichtig kein Handelsvolumen keine Trading Fees keine Trading Fees Möglichkeit von Impermanent Loss also erstens viel Handelsvolumen zweitens idealerweise ich selber einen hohen Anteil an dem Pool das heißt ideal ist ich habe einen Pool mit viel Handelsvolumen und wenig Liquidität wenn ich den finde und da einzahle dann habe ich möglicherweise einen Impermanent Loss aber die Trading Fees werden das sehr sehr wahrscheinlich auffangen und jetzt drittens klar eine Kombination aus beiden super aber wenn ich jetzt Assets habe die im Preis beide steigen dann kann mir das Impermanent Loss im Grunde ein bisschen egal sein weil dann habe ich die Sicherheit dass wenn beide steigen dass ich sowieso Gewinn mache weil wenn beides steigt das sieht man ja hier an dem Beispiel oder wenn ein Asset auch nur von beiden steigt dann mache ich ja Plus nur nicht so viel wenn ich gehodelt hätte aber wenn dann die Trading Fees oben drauf kommen dann mache ich mehr plus als ich beim Hodeln gemacht hätte und das bedeutet nur dann investiere ich in einen Liquiditätspool wenn diese Kriterien erfüllt sind und klar das mit den Preisen das ist ein bisschen Glückssache und um diese Glückssache etwas zu mildern sind Liquiditätspools mit einem Stablecoin Anteil ziemlich interessant weil ich dann ein bisschen einfacher das im Permanent Loss einschätzen kann denn dann habe ich ja nur noch ein Asset bei dem ich mich um den Preis sorgen muss und dagegen aber wenn ich in einen Pool investiere wie zum Beispiel ein Ethereum 1 Pool und der 1 Inch also auch im Wert sich verändern kann dann ist das natürlich super wenn beide hoch gehen dadurch wird zwar das im Permanent Loss immer größer aber ich habe auf jeden Fall hier richtig viel Gewinn gemacht das ist okay nur jetzt zu überlegen geht Ethereum hoch geht 1 Inch runter geht der hoch oder wie verhält sich das was ist das Verhältnis zwischen Ethereum und 1 Inch also wenn dem 1 Inch was passiert wirkt sich das auf Ethereum und so weiter also mein Tipp an der Stelle ist spart euch das und sucht Tokens mit Stablecoin Anteil um diese ganzen Variablen ein bisschen zu reduzieren denn Impermanent Loss ist an sich schon kompliziert genug so jetzt natürlich will jeder wissen wie mache ich das also wie ich meine ich habe jetzt angenommen ich habe jetzt die Theorie kapiert und ich möchte das jetzt in die Tat umsetzen wie geht das und dafür muss ich mir die Pool selber angucken und das heißt wo kriege ich diese Infos her die ich brauche ganz simpel Handelsvolumen des Pools und Liquidität in dem Pool und das steht wirklich in jedem Exchange drin zum Beispiel bei Pancake Swap ich zeige das mal kurz da gibt es hier diese Info und dann kann ich hier die Trading Pairs aufrufen und hinterhältigerweise ist das hier bei Pancake Swap auf der Binance Smart Chain nicht aktuell was hier zu lesen ist insofern also hier echt die Finger weg von lassen solange diese Daten hier nicht aktuell sind braucht man hier eigentlich überhaupt nicht irgendwas nachzugucken das hat keinen Sinn so und weil das so ist gehe ich jetzt auch auf den One Inch Exchange und mache das Ganze an der Stelle das heißt ich gehe mal hier das war unter Dow und den Pools das ist jetzt wirklich auch auf jedem Exchange immer ein bisschen an einer anderen Stelle aber wenn ich überlege in solche Pools zu investieren dann muss ich da wie so ein Trüffelschwein irgendwie auf dieser Webseite suchen und suchen bis ich das finde und hier beim One Inch Exchange sind die Pools eben unter DAO und dann Pools und hier sind die ganzen Trading Pools One Inch gegen BNB One Inch gegen USDT One Inch gegen BNB gegen USDT und die sind hier alle aufgelistet so und das ist nur die erste Seite es sind 114 Seiten oder so und ich kann natürlich auch suchen und wenn ich jetzt Stablecoins investieren will zum Beispiel BUSD dann suche ich halt nach dem BUSD dann bekomme ich hier die Pools und hier ist natürlich ein ziemlich öder Pool das sind zwei Stablecoins da ist wahrscheinlich nicht allzu viel los wie auch immer ich schaue mir jetzt mal den BNB BUSD Pool an gehe da drauf und habe hier eine Liquidität von 29.000 Dollar das ist echt ziemlich wenig und das Handelsvolumen ist 1645 Dollar das ist so ein Pool ja hier hätte ich natürlich wenn ich jetzt hier 10.000 Dollar investieren würde zum Beispiel einen ziemlich hohen Anteil an dem Pool aber ja keine Ahnung der Pool macht in 24 Stunden 17 Dollar Gewinn keine Ahnung also wenn ich da jetzt was investiere angenommen ich hätte die Hälfte von dem Pool also 10.000 Invest ein paar Dollar am Tag das ist okay also ich meine die haben das ja auch hier ausgerechnet es sind 27% aufs Jahr das ist ganz nett dass sie das hier ausrechnen häufig muss man das zu Fuß selber machen ich gehe mal in einen anderen Pool wo eine höhere Liquidität drin ist zum Beispiel der Oneinch und BNB der ja zwei volatile Assets hat und wenn ich hier reingehe und mir das anschaue dann habe ich hier ein Trading Volume von 2 Millionen pro Tag und das ergibt dann eben einen Gewinn das sind die Trading Fees die also da anfallen von 14.000 pro Tag und ja wenn ich hier investiere nur 1000 Dollar dann verdiene ich nicht so viel aber dieser Pool ist zum Investieren trotzdem besser geeignet auch mit kleineren Summen weil wenn hier viel Handelsvolumen anfällt dann heißt das in der Regel auch dass das Handelsvolumen einigermaßen konstant ist während bei den Pools mit der niedrigen Liquidität ist das Handelsvolumen nicht so stabil weil da ist ja direkt schon Handelsvolumen wenn einer mal einen Trade macht und dann am nächsten Tag nochmal einer einen Trade macht und so weiter dann ist das Handelsvolumen womöglich auch auf irgendeiner Zahl aber es kann sein dass dann irgendwie zwei Wochen keiner mehr tradet weil dieses Trading Paar einfach überhaupt nicht beliebt ist und hier bei diesem hohen Volumen da ist eigentlich ziemlich klar dass da jeden Tag irgendwie getradet wird das kann auch mal schwanken ein bisschen man sieht das ja hier auch und das ist ja Verkauf und Kauf das Rot und Grün das heißt das summiert sich nochmal und da sieht man es gibt so Phasen wo das dann sehr stark ist und dann geht es wieder runter und wir sind zurzeit also in einem sehr niedrigen Bereich und das ist jetzt auch so ein bisschen der Job wenn man irgendwie Liquiditätspools wenn man da investiert man muss sich einfach mal überlegen welche Paare werden demnächst spannend also irgendwann ist jetzt ein ICO oder so was und ein neuer Stakingpool wird aufgemacht und die Leute brauchen einen bestimmten Token und da gibt es auch schon einen Exchange der diesen Token unterstützt dann gucke ich mal ob ich da nicht in Liquiditätspool gehen kann weil es ist ja voraussichtlich nächste Woche oder so diese ICO und die Leute brauchen dann Tokens wo werden die die kaufen bei irgendeinem Exchange also wird das Handelsvolumen da steigen also gehe ich da rein und wenn dann dieses Ereignis vorbei ist dann gehe ich da natürlich auch wieder raus weil ich möchte ja jetzt nicht irgendwie so meine Tokens da in so Schnarchnasenpool drin haben wo danach dann nichts mehr passiert das ist so der Job wenn man mit Liquiditätspools arbeitet aber das sind Dinge die das ist halt einfach der Job desjenigen der hier Geld verdienen möchte das kriegt man nicht geschenkt das Geld hier dafür bekommt man aber viel mehr weil wenn man in dem LP Pool drin ist wie zum Beispiel auch hier dann kann man seine LP Tokens wieder staken das ist hier unter dem Bereich das heißt Farming hier aber es ist eigentlich das selbe wie staking das heißt diese Tokens wenn ich hier in dem Pool drin bin und ich hätte jetzt hier das hohe Handelsvolumen mitgenommen und ich wäre jetzt hier in der Zeit drin dann hätte ich ja LP Tokens in meinem Wallet und dann kann ich hier bei Farming die Beispiel und zwar wo habe ich das nochmal gesehen genau bei Sponge Finance war das glaube ich das ist witzigerweise echt schon wieder so ein Klon alles sieht genauso aus wie bei Goose DeFi nur eben jetzt in Orange und es hat was mit Seife und mit Schwemmen zu tun und wenn man sich hier die Pools anguckt 1384,63% also unglaublich und das Ganze also Wahnsinn und das Ganze geht noch weiter also zum Beispiel unter beefy.finance das ist jetzt ein da kann man jetzt seine quasi das ist eine Seite die sich darauf spezialisiert hat dass man seine LP Tokens da staken kann und wenn ich jetzt hier einen den Sponge raussuche Soak heißt das genau der Token Soak das sind das 1,8 Millionen Prozent APY die man hier kriegen kann wenn man also Soak gegen BNB LP Tokens hier staked und ja also kann jeder davon halten was er möchte also diese Sachen das ist im Leben nicht real ist ja total klar man muss das nur mal an einem Beispiel durchrechnen 1000 Dollar investiert mal 1,8 Millionen Prozent unglaublich also und das wie gesagt das Geld muss ja irgendwo herkommen das kommt immer aus den Taschen von anderen Usern und jetzt bei diesen APYs ist eigentlich ziemlich eindeutig dass die anderen User auch nicht so tiefe Taschen haben dass sie mir also jetzt dieses Geld überhaupt geben könnten es ist unrealistisch aber es ist nicht gelogen es ist nur unrealistisch denn das ist eine Moment Aufnahme die gilt jetzt für ein paar Tage für ein paar Wochen und es hängt alles davon ab wie sich dieser Liquiditätspool entwickelt und davon eben auch wie sich der BNB und der Soak entwickelt und natürlich wie das Impermanent Loss sich hier verhält und wie das Trading Volumen ist weil diese APY hängt ab vom Trading Volumen und wenn da ein sehr hohes Trading Volumen ist dann kann es durchaus sein dass man auch sehr viel Gebühren verdient und dass es dann am Tag irgendeine Zahl ergibt und wenn man das dann auf Jahr rechnet und dann auch noch eine Zinseszins Entwicklung drauf legt dass dann tatsächlich 1,8 Millionen Prozent Jahres es ist nicht möglich dass das 365 Tage am Stück so bleibt sondern es ist möglich dass das jetzt im Moment einen bestimmten Wert ausspuckt einen bestimmten Dollarwert rausgibt aber dass dieser Dollarwert eben nur für heute gilt und morgen kann diese APY schon viel nieriger sein oder viel höher ist auch egal nur sowas hält dann eben ein paar Wochen wenn überhaupt ein paar Wochen das heißt wenn ich die haben will muss ich kapieren Impermanent Loss LP Tokens ich muss das Handelsvolumen beachten ich muss meinen Pool Anteil beachten und so weiter und so weiter und das heißt das ist tatsächlich hier irgendwie schon die DeFi Masterclass so ihr habt es geschafft ich mache jetzt Feierabend und dann werde ich noch ein Video veröffentlichen indem ich mal auf so ein paar andere Sachen eingehe die mit DeFi auch zu tun haben unter anderem total wichtiges Thema die Ruck Pulse nämlich nicht alles was man hier im DeFi Bereich sieht das funktioniert auch und häufig sind solche Webseiten da sie relativ schnell und einfach zu bauen sind weil wir sehen ja hier ich 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 meine das ist tatsächlich einfach nur dasselbe wie die andere Webseite das ist mal schnell zusammen gebaut da braucht man irgendwie vielleicht zwei drei Tage für und das zieht natürlich allerlei Volk an das quasi sowas baut um den Leuten das Geld zu klauen und das erzähle ich dann im nächsten Video bis dann